Fifty Languages Thirteen Dreizehn Aktivities Tätigkeiten What does Martha do? Was macht Martha? Was macht Martha? She works at an office. Sie arbeitet im Büro. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer. Where is Martha? Wo ist Martha? At the cinema. Im Kino. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an. What does Peter do? Was macht Peter? Was macht Peter? Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Where is Peter? Wo ist Peter? Wo ist Peter? At the cafe. Im Café. Im Café. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Where do they like to go? Wohin gehen sie gern? Wohin gehen sie gern? To a concert? In's Konzert. In's Konzert. They like to listen to music. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Where do they not like to go? Wohin gehen sie nicht gern? To the disco. In the disco. In the disco. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern.